Ja hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Captain Hoodie und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich mal was besonderes in meinem Video. Und zwar geht um den Kanonenjagdpanzer. Hier dieses schöne Prachtstück. Der Kanonenjagdpanzer ist quasi der große Bruder des E25 auf Stufe 8. Nur leider nicht so beliebt wie der E25. Das liegt einfach daran, weil der Kanonenjagdpanzer schon ist wie der E25 nur in allen schlechter. Also er hat schlechtere Einziehzeiten, er lädt schon länger nach, er verzieht mehr und die Parnung ist auch nicht so gut wie beim E25. Trotz allem, ich spiele ihn eigentlich ganz gern. Viele meiner Klarenkollegen jetzt zum Beispiel sagen, ach so eine Drecksmöhre. Ja, ich mag ihn und deswegen habe ich auch hier eine tolle Runde mal für euch parat und schauen wir uns das einfach mal an. Zu Beginn stelle ich mich ins Gebüsch und wie üblich auf Karäen im Verteidigungsmodus. Wir warten und gucken was der Feind macht. Besonders mit Jagdpanzern. Ja, wie ihr seht, der Beginn ist etwas zäh. Jetzt geht der erste Gegner auf. Karäen halt, ne, Verteidigung. Da heißt es halt Geduld bewahren. Abwarten, taktieren und gucken, ob sich irgendwo was tut. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Ihr seht es schon, Geduld ist keine Starke von mir. War es noch nie. Jetzt fahre ich ein bisschen vor, um vielleicht was anderes aufdecken zu können. Scherenfernrohr geht an und zack. Ich stecke auch gleich was auf. Und ja, der ist sehr nah dran. Und natürlich gehe ich auch auf. Ich konnte aber eine Murmel versenken in dem IS-6. Schön seitlich reingekriegen. Ich bin immer noch offen. Deswegen entscheide ich mich jetzt einfach mal die Beine, die Ketten in die Hand zu nehmen und wieder meine alte Position einzunehmen. So. D-26. 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 D-26 wieder aufgedeckt und auch Spotting-Damage bekommen. Wenn auch nur ein bisschen. Da schießt einer vielleicht schon mit HE auf den guten Mann. Deswegen nur 120 Spotting-Schaden. und ich entferne ihn der war sehr optimistisch T26 nicht einfach zu durchschlagen auf die Entfernung aber ich schaffe es oben auf die Kommandantin Luke ja, der zweite Schuss geht nicht mehr der andere T26, der steht besser da gut, high down ja, jetzt mache ich kurz an, wie sie war jetzt kann ich ihn schön ein in die Seite schießen und ich treffe den Turm die Streuung der Kanone, sei Dank ja, das sieht man schon, sieht man schon genau der Kanonenjagdpanzer verzieht noch etwas mehr wie der E25 obwohl der auch nicht schon so ultra genau ist ja, jetzt keiner bietet sich an von den Gegnern ja, unsere Seite ist jetzt schon fast gefallen drüben auf der anderen Seite hier steht es auf der Minimap IS6 und P26 sind schon extrem weit vorgerückt aber das macht man eigentlich auf der Map nicht unbedingt also man sollte nicht unbedingt so weit vorfahren weil man dann irgendwann nicht mehr für das Team hilfreich sein kann weil der Gegner nämlich auf der anderen Seite wie bei uns jetzt hier vordrückt und uns besiegt mehr oder weniger seht ihr es ja jetzt hier wie weit wir schon zurückgedrängt sind P25 konnte eine bekommen von mir und vielleicht noch eine er sieht mich nicht doch, jetzt gehe ich auf jetzt versuche ich erstmal wieder zu zu gehen oder stehe erstmal wieder zu gucken wir mal ob wir ihn wieder aufdecken denn jetzt bin ich zu er sieht mich nicht und wenn er wieder hochkommt wenn er den Fehler macht und nochmal hochkommt puste ich ihm wieder einer rein genau dasselbe Spiel wie gerade wie der ersten Kugel er deckt mich halt nicht auf weil er ist ja Tarnwert oh ok jetzt heißt es natürlich schnell verschwinden nochmal an dieselbe Stelle fahren ist nicht gut es gibt ja auch Aris deswegen immer ein bisschen Abstand gewinnen und nochmal dann weiter hinten abschießen jetzt geht der Jagdpanser auf jetzt erscheide ich mich ihn mal einzuzählen und dann in dem Augenblick geht er wieder zu wenn er halten will ja so nischt jetzt steht er jetzt sieht das Spiel nicht mehr toll aus hier seht es ja S7 zu 10 ES6 und P620 haben sich besiegen lassen und jetzt haben wir schon eure Probleme wir müssen verteidigen das ist das was ich vorhin gesagt habe also es ist nie gut auf der Map so weit fortzufahren können wir verteidigen aber jetzt fahre ich mit einem Baum um komischerweise hat die Ari noch nicht einmal auf mich geschossen das ja war Glück schalte ich mich erst mal die Seite mit zu verteidigen weil die Gegner jetzt hier vorrücken RR2 ist natürlich ein schönes Ziel weich gut zu durchschlagen und angezündet jawohl im Gegenzug mein Kamerad hier ist aufgegangen ich nicht das ist eben dann der Vorteil des Kanonjagdpanzers gute Tarnung zwar nicht so gut wie der E25 aber immer noch ausreichend um nicht aufgepreckt zu werden so und jetzt geht es an diesen kleinen Medium Sechser und den 29 wunderbar schön in die Seite das sind jetzt die Stärken von dem Kanonjagdpanzer aus der Deckung heraus so drei Minuten noch auf dem Ohr haben es fast geschafft das Spiel ist wieder ausgeglichen jetzt die Seite jetzt ist gereinigt jetzt greifen sie wieder von der anderen Seite an also es ist schon sehr interessant wie der Gegner uns noch die Chance gelassen hat das Gefecht zu verteidigen erst greifen sie über B9 B8 an dann auf der anderen Seite jetzt greifen sie wieder über diese Seite hier an also den Piloten entfernt also wenn der Gegner wirklich von allen Seiten gleichzeitig gedrückt hätte glaube ich nicht dass wir es gewonnen hätten das muss man wirklich sagen aber so wird es noch eine schöne Runde am Ende jetzt stelle ich mich hier einfach her einfach weil ich noch den Damage haben wollte und den Kill hier und auch genauso bei diesen Kollegen hier weil ich habe gleich nachgeladen und takt schön auf die Ketten unten und ausgenommen so jetzt ist nur noch die Ari übrig ich werde eingeladen von dem VK3601 er möchte gerne boost Waffenbrüder ja keine Ahnung wer das jetzt gemacht hat irgendeiner hat jetzt auf Annehmen geklickt ich war es nicht Waffenbrüder gibt es halt im Platon ab drei Kills pro Spieler zusammen haben wir neun also ich versuche jetzt noch die Ari zu finden na nur leider reicht die Zeit nicht mehr vier drei eins und Sieg ja gucken wir auch mal aufs Gefechtsergebnis ja Panzer Ass wieder das war das war klar ich meine 3000 Schaden gemacht die üblichen Medaillen Schläger gut habe auch einen Brenn geschossen das war der KV2 den ich schön auf die Seite schießen konnte Duellant und Wirkungsfeuer wie immer so diese Standardmedaillen Schläger Wirkungsfeuer gibt es eigentlich andauernd okay dann Hust Waffenbrüder natürlich selbstverständlich von Anfang an ihr habt es ja gesehen und dann haben wir noch ne Kriegermedaille gut von den großen es sind jetzt nicht so viel da aber an sich trotz alledem war es dann doch eine schöne Runde bei dem Kanonenjagdpanzer kriegt man halt auch mit 1300 Forschungspunkten schon das Panzerass ja liegt eben daran weil er wirklich selten gefahren wird weil der Panzer halt nicht so beliebt ist das gibt halt den Leuten diesen die eben fahren dann die Möglichkeit öfters mal das Panzerass zu bekommen 3000 Schaden 6 Kills wunderbar 19 mal geschossen 16 getroffen davon 14 durchschlagen denke ich geht schon in Ordnung verdient haben auch wieder ein bisschen was man sieht schon so Kreditverdienst ist ganz gut die Munition kostet nicht so viel ja das war die Runde schon ich hoffe es hat euch gefallen Kanonenjagdpanzer sieht man nicht so oft dann bis zum nächsten Mal macht's gut tsch tsch